Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch einen sehr einfachen Wildkräutersalat auf Basis von Löwenzahn. Vom Löwenzahn kann die ganze Pflanze verwendet werden. Aus den Knospen machen wir Kapern, aus den Blättern Salat oder Pesto, aus den Blüten Sirup oder Likör. Auch die getrocknete Löwenzahnwurzel kann verwendet werden. Man kann daraus Tee herstellen oder auch Löwenzahn-Kaffee. Viele weitere Löwenzahnrezepte findet ihr in einer Playlist auf dem Kanal. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Für unseren heutigen Salat benötigen wir zwei gehäufte, händevoll geschnittener Löwenzahnblätter. Und da wir auch noch mitten in der Bärlauchzeit sind, haben wir uns hier einen dicken Bund Bärlauch gepflückt, etwa 20 bis 30 Blätter. Auch die Bärlauchblätter zerkleinern wir grob und geben sie mit zum Salat. Vor allem die großen und etwas älteren Bärlauchblätter kurz vor der Blütezeit eignen sich hervorragend für Salate. Nun geben wir noch einige unserer angesetzten Löwenzahn-Kapern dazu. Wie wir diese sauer eingelegten Blütenknospen herstellen, haben wir schon in einem Video gezeigt. Den Link poste ich euch in die Videobeschreibung. Außerdem geben wir noch eine Handvoll Käsewürfel dazu und circa eine Handvoll grüne Oliven. Nun fehlt noch Salz. Hier benutzen wir natürlich ein selbstgemachtes Kräutersalz. Ich habe hier noch einen Rest unseres damals hergestellten Birkensalzes. Dieses verwenden wir heute. Eine Sammlung an Kräutersalzen findet ihr in der Kräutersalz-Playlist. Auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da wir auch unseren Essig selbst herstellen, benutzen wir heute einen selbstgemachten Kräuteressig. Und zwar hier seht ihr einen Gundermann-Blütenessig. Dann geben wir noch etwa ein bis zwei Esslöffel Olivenöl dazu und mischen den Salat gründlich durch. Die Rezeptsammlungen für Kräuteressige und auch Kräutersalze findet ihr ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. So einfach kann man sich also aus dem Garten einen Salat holen, bevor die eigentliche Salat-Anbau-Saison überhaupt begonnen hat. Zum Schluss richten wir unseren Salat natürlich noch hübsch an und geben zwei bis drei Walnusskerne darauf. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.